und herzlich willkommen zurück bei clash of clans ich möchte euch eine verteidigung und einen angriff zeigen die fangen wir mit der verteidigung an von priono er hat es mit 200 kobullen versucht und vom loot her würde ich sagen dass sich das wirklich nicht gelohnt hat manchmal findet man dörfer wo man allein aus einer mine mehr rausholt und ja gehen wir mal rein und schauen uns seine taktik an so er hat von unten angefangen dort wo die goldminen stehen das kann ich auch verstehen und hat nicht alles auf einmal gedroppt jetzt greift er von oben an die elixier lager oder sammler er gesagt ob sich das gelohnt hat die waren wirklich nicht so voll und auch nicht geboostet so dass da die hälfte an loot vom gold drin ist dass man in den goldminen sammeln konnte bis jetzt ist er bei 18.000 das war auf jeden fall ein fail angriff würde ich sagen weil wenn man die zeit bedacht hat wie lange braucht um die armee wieder herzustellen kobolde dauern natürlich jetzt noch nicht so lange aber man kann die auf jeden fall effektiver einsetzen da sind wir uns sicherlich einig können das ganze jetzt auch ein bisschen beschleunigen mal schauen was da noch passiert gut das dunkle möchte haben aber das ist natürlich sehr gut beschützt der sammler steht nicht ohne grund bei einem tesla das war leider nicht mal schauen was wir hinbekommen haben der erste angriff heute sah folgendermaßen aus angriffslok das ist ein angriff auf ein rathaus siebener also war das für uns ziemlich leicht dort an die beute zu kommen ihr kennt das wenn ihr ein dorf angreift das vom level ein also ein level unter euch ist hat man keine großen probleme dass die mal ist es auch nicht von der verteidigung gut ausgebaut die luftabwehr haben wir direkt zerstört und jetzt geht's mit dem mage walk direkt los und zwar mit dem doppel mage walk wie ihr seht das war auch gar nicht so geplant jeder magier wird geheilt und wir können schon wieder ordentlich ein paar von den türmen und sammlern beschießen und damit auch zerstören ihr seht auch das ist genau der richtige gegner schön inaktiv die gold sammler sind richtig richtig voll oben sind mittlerweile die pecker am start die sich den weg nach innen gebahnt haben fast werden sie außen gegangen aber wir hatten glück dass sie noch den weg nach innen gefunden haben die die gehen komischerweise gern mal wieder nach außen wenn die drin waren ich weiß nicht ob die ob das ob es denen zu eng ist im dorf aber dem wollte ich entgegenwirken indem ich außen auch die mages gesetzt habe damit es keinen grund mehr gibt rauszukommen und jetzt läuft hier drin natürlich die dicke party jetzt ist das rathaus dran das wird nicht mehr lange dauern der king beschäftigt sich damit wobei nach dem rage wünscht man sich doch manchmal ein bisschen mehr schaden vom könig das dauert mir dann jetzt doch irgendwie zu lang zum glück haben wir zeit und gleich ist das spektakel zu ende peckers ziehen auch noch mal mit in die mitte alle treffen sich in der mitte und jetzt sind wir durch dafür dass wir kein risiko hatten den das dorf nicht zu restaren kann sich der loot auf jeden fall sehen lassen 240 gold die 200 elixier sind mir egal okay die truppenkosten sind glaube ich ja die sind mehr als gedeckt und dann haben wir noch als kleines sahnehäubchen 120 dunkles dazu bekommen da kann man nicht meckern so dann schauen wir mal ob wir etwas spenden können und damit ich spende gerne heiler weil ich es gut finde wenn man die die klaren burgen von den anderen möglichst voll machen kann da ich es eher nervig finde wenn man mehrmals online kommen muss und immer wieder anfragen sendet weil es nur barbaren und bogies gibt wobei das natürlich auch gute einheiten sind aber ich freue mich immer für die anderen wenn die klaren burgen voll sind wie man auch sieht wo bin ich hier bin ich auch ziemlich spendefreudig würde ich sagen es macht mir spaß zu spenden und das ist glaube ich auch nicht verkehrt wenn man nicht so lange auf seine truppen warten muss okay alles klar ich wünsche euch einen schönen tag und freue mich wenn wir uns demnächst wieder sehen macht's gut